Die Fantastischen Vier Die Fantastischen Vier Die Fantastischen Vier Nur das Hammer kann man ja gelebt durch, ich ist, ich ist, ich ist, ich ist, ich Suchen lang, um nichts zu finden, könnte man es nicht verbunden, wer entlang, was er verspricht Ich ist, ich ist, ich ist, ich bin für die Sauerstoff, denn noch haben wir dauernd Zeit Du bist nur wie Luftfleisch, ich ist, ich ist, ich ist, ich ist, du bist hier für nix zu schade Ich zeig all das Privatme, hiermit mach ich's öffentlich, ich ist, ich ist, ich ist, ich It's too cool, this is so gay, too cool, wenn ich all das sehe Wir, wir, wollen wir nicht, ich und ich und ich und ich Ich ist, ich ist, ich ist, ich ist, ich Ich ist, ich ist, ich ist, ich ist, ich ist, ich Ich gehe durch den Regen und ich werde nicht nass, ich gehe durch den Wüste, doch nicht bleiben, dass, ich gehe durch den Schnee, doch nur nicht kalt, ich bin zu einer Jungen, doch nur nicht, ich bleibe, 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 Es tut mir, es ist so geil Es tut mir, wenn ich euch seh In mir und in dir Ich, 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 ich Ich ist mich, ich ist mich Ich ist mich Ich ist mich, ich Ich, 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 ich Und als ich da vorhand der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen Was uns von Ramadan berichtet Das war ein bisschen größer, ne? LMA, PRZ und PS und NPD, BMX, BP und SCC, IEM, CBS und BW, ADAC, DLG, OJBB, IKZ, RT und DFB, ABS, TV und DFB, KMH, ICD, Unaschidee, BVC, CKW, ist euch okay. LMA, PRZ, LMA, PRZ, LMA, PRZ, LMA, PRZ! LMA, PRZ, 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 L BBB, ASV, VOL, B, O, L, A, B, C, THF und OSC, TM3, AU und AEG, T-U-I, V-A und V-B, TH-10 und C, V, ist was ich drehen. MF-G, mit freundlichen Gründen, die Welt in uns besitzen, denn wir stehen so, wir gehen noch für ein Leben voller Schattenlaut, Ja, ja, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, wir freuen dich und grüßen, die Welt, die ganze Rüßen, denn wir stehen dort. Wir gehen dort für eine lebensvolle Stadtraum. Ja, ja, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, wir freuen dich und grüßen, die Welt, die ganze Rüßen, denn wir stehen dort. Wir gehen dort für eine lebensvolle Stadtraum. Ja, ja, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, wir freuen dich und grüßen, die Welt, die ganze Rüßen, denn wir stehen dort. Wir gehen auf für ein Leben voller Schein und Blut Und bevor wir fallen, schau dir lieber hoch Wir gehen auf für ein Leben voller Schein Kein geil ist das Habt ihr es überhaupt drauf? Ist nichts vor mir Ja War nichts hinter mir Oder zu weit weg BKW von hinten BKW von hinten BKW von hinten BKW von hinten Na? Jetzt haben wir mal wohl Das ist der Bus BKW von hinten Und der Bus BKW von hinten BKW von hinten BKW von hinten Das habt ihr doch Nichts entgeht mir BKW von hinten BKW von hinten BKW von hinten Auuu Ach, der Wichsersong ist abgeraufen. Das ist aus dem Film rausgeschnitten. Also was? Da-danker! Kiste Rollen. 2 Minuten. Hey, Polenhandwerk habe ich drauf. Cool. Laufzeit 9 Minuten 31 Minuten. Ob man das hört? Das ist ein bisschen komisch. Vorher Vorsitzender, 5.30 Uhr morgens, es klingelt an ihre Tür. Davor steht Polenheck und seine politischen Handwerker zu, um ihre Wohnung zu renovieren. Sechs energische Gesichter sagen nur eins, lasst uns arbeiten, arbeiten, arbeiten. Gleichzeitig an einem anderen Ort, auch der deutsche Handwerksmeister ist schon aktiv. Er sägt. Aus seiner Sicht sagt nur eins, lasst mich bennen, bennen, bennen. 5.32 Uhr. Polenheck und seine Leute laden den Wagen aus. Sie sind am Morgen aus Warschau gekommen. In der Nacht haben sie in Braunschweig noch eine Doppelgarage gebaut und in Hannover zwei Lechern eingedeckt. Ziel und Vorsitzender erklären, Polenheck, was zu tun ist, die ganze Wohnung renovieren. Alle Tappiken ab im Wohnzimmer, in den Wanddurchbruch, alle Elektrik neu, alle Ruhrleitungen neu, alle Wände neu verputzen, die Deckerwinkel, Stuckel neu an die Fußboden, Spachtel und streicht das Bad, Fliesen in die Küche rauf, aus ein Laminat. Polenheck und hat sich erdacht, es gibt Arbeit für den ganzen Tag. 6.30 Uhr, der deutsche Handwerksmeister dreht sich noch einmal um. 7.00 Uhr, Ihre Wohnung, Herr Vorsitzender, sieht aus wie Dressen, wenn man traut sich. Alle Tappen sind unter Polen, Gleswig und Magen, schrittene Elektroleitungen, die Wände, Handdeck und Spiegel verputzen gleichzeitig und Franek bereitet Schwitzen die Küche mit dem Laminat und ihr Auffasservor. 7.30 Uhr, der deutsche Handwerksmeister steht auf. Er geht ins Wagen, zieht sich selbst im Spiegel und konzertiert, dem deutschen Mittelstand ging es dann nie so schlecht wie heute. 7.50 Uhr, die Polen haben die ersten Wände verputzt und gespachtelt. 8.00 Uhr, der deutsche Handwerksmeister frühstückt, dann holt er seinen Ehrling ab und macht sich auf den Weg zu ihnen. Unterwegs bemerken die beiden, dass sie vor der Arbeit noch tanken müssen, sie halten an. Jeder, zwei, vier, zwei Korn, war Hegermeister. Der Arbeitslag kann beginnen. 9.30 Uhr, die Polen haben das erste Zimmer in ihrer Wohnung fertig verbunden. Sie arbeiten seit vier Stunden ununterbrochen. Sie werden ein wenig müde. Sie, Herr Vorsitzender, schlagen eine Pause vor. Aber Polen haben ihre eigene Methode. Die schauen meine Steckdose ab. Jeder packt mal kurz in Kontakt. Danach sind alle wieder hellen Wachen und arbeiten weiter. 9.35 Uhr, es klingelt. Der deutsche Handwerksmeister steht vor ihrer Tür. Er sieht aus wie der dicke Bruder der mittige Herzbuben, trägt einen Kittel und darunter ein T-Shirt mit Aufschrift wie geformt in diesen schönen Körper. Seine Hose hängt so auf halb 8, dass sie seine Gesäßbacken sehen können, das sogenannte Maurer-Dekordier. gerüstet. Erstmal grüßt Sie mit dem Satz Ich bin Firma, bütz, sind Sie die verstopfte Siffen. Ja, dann wollen Sie ihn decken und lassen ihn heran. 10.15 Uhr, Polen haben das zweite Zimmer fertig verbunden. 10.20 Uhr, Der deutsche Handwerksmeister schaut die verstopften Siffen an und sagt den klassischen Handwerker-Satz O O O. Oh, das wird teuer! Ein wichtiger Satz! Ich würde es O bedeuten für Sie, Herr Vorsitzender, 50 Euro mehr als die Kosten, wo ein Schlag ausgemacht wird. Oh, 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 das wird teuer! Ist einer von vier Sätzen, die der deutsche Handwerker seine Ausbildung lernt. Die anderen Sätze lauten, an Ihrer Stelle soll ich das alles neu machen lassen. Dann sage ich nicht, das war schon voll kaputt. Und? Brauchen Sie unbedingt ein Rechen? Nach der Minute Achtung des Seefonds steht der Handwerker auf und macht erst einmal Frühstückspause. 11 Uhr. Die Buhren fangen an zu trapezieren. 11 Uhr 30. Der deutsche Handwerksmeister kommt aus der Frühstückspause und macht sich am Seefonds zu schauen. Neben ihm steht sein Lehrling. Der deutsche Handwerksmeister kommt grundsätzlich immer mit einem Lehrling, der das deutsche Handwerk ist, dass er hierarchisch strukturiert. Und oben an der Spitze steht der Meister, dann kommt der Geselle, dann kommt der Lehrling und dann der Vorsitzende. Kommen Sie! Was die Funktion ist?